Musik Wollt ihr jetzt aufnehmen, wie ich vor Jack in A*** pittte? Ja? Ja! Willkommen zu einer anderen Folge Microphones und Server Und in dieser... Leute Leute, warte, schick mal kurz Ich stehe gerade auf wie in der Schiene und... Warte, Leute, doch mal zuhören. Jack ist jetzt gerade noch mal stumm geschaltet. Er ist gleich da und dann töten wir ihn, okay? Also was ist, wenn Jack die gleiche Idee hat und es uns tötet? Das kann er nicht. Leute, ich schalte ihn in 3, 2, 1 wieder runter und dann... 3, 2, 1... Warte mal, Leute, warte mal, Leute. Nein, nein, nein. Ich brauche noch kurz einen Giftdrank, habe ich hier noch. Was willst du... Nein, du brauchst keinen Giftdrank. Meiner. Nein. Nein. Nein, helfst du dumm. Meiner. Jack wird Joey töten und wir schauen uns zu. Ja, falls er mich töten will. Ja, mach den nicht, ich glaube nicht. Falls er ist sauer. Egal. Also, Tim, ich glaube nicht, dass du so scheiße bist in Minecraft PvP, dass... Abschneiden halten. Nicht auf Joni, ey, ey. Bleiben Sie hier schon. Dann habe ich eben auf dich. Jetzt auch. Ja, hallo Joni. Joni, Joni. Geh zurück auf dein Opfer, Alter. Hast du dort auf deinem Opfer? Ja, ich glaube, du bist fast zu, glaube ich, oder? Hör uns auf. Hör auf, Joni, geh zurück. Geh zurück auf dein Opfer. Der Schiebster. Hör auf, hör auf. Alter, das ist mir nicht. Ich weiß nicht. Leute, Leute, ihr stellt euch bitte alle auf eure Plätze. Räum bleiben, du bist dich. Leute, jetzt mal ganz, Leute, ganz echt, no joke, bitte, bitte, bitte. Alter, ich bin gleich Tim um. No joke, ganz echt, bitte, bitte, beruhigt euch. Bitte, check. Check, als wir müssen hier. Check, man, man, ich bin gleich, Tim, bitte, bleib'n. Check, ist da. Wo ist da? Ich hab Angst, dass er unsieblich verändert. Aber wir sind ja, wir achten auf Partikel. Ah, nee, aber ich glaub, Jack macht schon fair. Ich glaub, Jack, nein, nein, nein. Ich glaub, Joni, hör auf, du bist eh geklaut. Ähm. Ich wirst eh, leider ist das auf meiner Familie. Ich sag, du musst nicht werden. Du hast ja vertraut. Geh zurück auf dein Platz, Sir. Der ist bestimmt fast tot. Jack, erst vorbereitet, also, wo auch immer du bist, komm gern vorbei. Wir schauen uns zu. Warte, ich wär, ich wär mir schon mal vor. Bei, 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 bei meiner, bei meiner, bei meiner Allianz. Jack, Jack, bist du bei den falschen Cordis? Alter, Tim, wir wollen, Jack will ihn doch auch töten, wenn er uns in den Nahkopf senkt, ja, wir töten. Ja. Warte. 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 Warte, bitte, mein Internet ist schlecht. Warte. Alter, ich hasse Joni so hart dafür. Dann verschreckt man dich einmal. Wow. Ihr sagt doch genau, ihr sagt doch genau so, Alter. Ich, Joni, bleib auf dein Platz, bleib auf dein... Ja, Theo, Theo, kann ich übrigens einen Tod schon auch mal wieder haben, dass ich dir geliehen habe. Oh, ja, den kriegst du gleich nachher. Ähm, ich bin auch froh. Leute, bleibt bitte alle auf eure Plätze, ne? Ja, Mann. Alle auf dem Gutes, ich will. Loil. Alter, hör. Ich wollte jetzt mal eine angeschlossen von irgendwas. Nein, das war Joni, das war Joni. Joni hat Multishock. Wo ist Joni? Ich bringe jetzt persönlich, wo ist Joni? Deine Frau hat... Hör auf. Zurück auf eure Plätze. Zurück auf eure... Tim, 50. Zurück auf eure Plätze, Leute. Du dich auch. Das wird langweilig, Alter. Miau. Ja, dann warte einfach kurz. Oh, hi, Jack. Weg, 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 Tim. Tim, geh weg, Tim, geh weg. Tim, geh weg. Oh, oh. Endlich im Boden, dann kaputt machen wir. Hey, Joni, Joni. Und Jack, töst ihn. Töt ihn, Jack. Los, fass, fass. Los, fass. Mach kaputt. Los, Leute, los. Los. Wir töten jetzt, Jack oder Joni? Ja, jetzt Jack, Jack. Jetzt. Wir töten jetzt Jack oder Joni? Jack, töten, Jack, töten. Ah, Jack, töten. Ich schlag einen dauernd. Ja. Ja. Ja, Tim. Dein erster Kill. Ja. Ich brauche Sachen. Lass mir alle Sachen. Ja. Ich brauche die. Oh, nehm mal, hat er ein Bett, hat er ein Bett. Lass da kurz gucken, ob er ein Bett hat. Ja, das ist meins. Er hat ein Bett, er hat ein Bett, er hat ein Bett. Er ist nicht... Alter. Hör auf! Alter, Leute. Ich hab ihn trotzdem getötet. Ich bin stolz, ich bin stolz auf euch. Ich hab ihn getötet, weil ich durch euch mit Durchschuss durchgeschossen habe. Durch die Menge durch und einfach in Jack rein. Jack, das ist zu hoch und zu hoch. Wer rennt da? Wer? Was? Ich bin... Leute, ganz ehrlich, guck mal her, guck mal her. Gruppenumarmung, ich bin stolz auf euch. Saufeln. Saufeln. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Leute, komm, wir bitte kurz. Das war der größte militärische Putsch. Ich hab jetzt zu... Ach, ne. Das hört mich nicht. Was? Ich bin Johannes. Ich hab mich wieder gehalten. Ich hab doch nicht mehr erlebt. Leute, Leute, jetzt mal ehrlich, ich bin stolz auf euch. Das war der größte militärische Putsch, den ich jemals gemacht habe. Das war auch mein einziges Stubis, ja. Das war auch meiner. Leute, aber wir haben schon so viele Schläge gegen Jack gemacht. Ich hätte nicht gedacht, ob das funktioniert. Ich bin stolz auf euch, Leute. Joni, ich geb dir ein bisschen. Und ich hätte nicht gedacht... Leute, Leute, ganz ehrlich, ich bin stolz auf euch. Ich bin ja wieder anders. Alter, 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 das hast du noch. Alter, Alter, das soll das klicken. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab gedacht, Jack, Jack, wir haben nicht immer wieder zwischendurch stumm geschalten, damit ich den Befehle geben kann. Und ich hätte nicht... Ich dachte... Ich dachte, mindestens Joni ver... Verrät ich dann. Und Tim hat es was gemacht, weil Tim, sobald Jack wieder, äh, freigegeben war, hat er noch gefragt, töten wir jetzt Jack? Ich war so verwirrt, warum hab ich hier vom angegriffen? Nee, nee, davor. Bevor Jack da warst du schon mal gefragt. Achso. Wo ist Jack? Weit weg, hoffentlich. Tatsächlich, eigentlich... Er zieht gerade mit Döner. Jack, Jack, ich will nur klarstellen, das ist ein Statement. Leg dich nicht mit Atlantis an und mit unserer Allianz. Irgendwie tut mir Jack leid. Mir nicht. Kannst du das Video hochladen? Dann komm, Alter, dann liegen wir noch hin. Bitte mit Theo hat den größten Hinterhalt ever geplant. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020